Tschuttschut Tschuttschut The Tinnies Steht alle auf, es ist so weit. Steht alle auf, das ist nice. Lasst uns den ganzen Tag lang tanzen. Wir haben Spaß. Das ist ein Lied für die Kinder. Aber auch die Eltern mögen es. Wir springen und wir singen. Kommt zu uns. Macht mit bei der Party. Wir tanzen mit Melli und Tuni. Alle tanzen, alle tanzen. Den Tanz, Tanz, Tanz von Tituni. Macht mit bei der Party. Wir tanzen mit Melli und Tuni. Alle tanzen, alle tanzen. Den Tanz, Tanz, Tanz von Tituni. Lalalala, tanz, spring, los. Lalalala, lauter. Lalalala, lalalala, tanzen. Lalalala, lalalala, springen. Lalalala, lalalala, los. Lalalala, lalalala, stopp, alle einsteigen. Jetzt die Hände, Hände nach vorn. Jetzt die Hände, nach hinten, los. Jetzt die Hände, wohin nach rechts. Jetzt die Hände, wohin nach links. Jetzt die Hände, wohin zum Himmel. Jetzt die Hände, wohin zum Boden. Jetzt die Hände, in die Mitte. Tanz, tanz, tanz und hört nicht auf. Mach mit bei der Party. Wir tanzen mit Melli und Tuni. Alle tanzen, alle tanzen. Den Tanz, tanz, tanz von die Tuni. Mach mit bei der Party. Wir tanzen mit Melli und Tuni. Alle tanzen, alle tanzen. Den Tanz, tanz, tanz von die Tuni. Lalalala, 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 los. Lalalala, lauter. Lalalala, lalalala, tanzen. Lalalala, lalalala, spring. Lalalala, lalalala, los. Lalalala, lalalala, stopp. Und klatschen, die Hände. Und klatschen, die Hände. Jetzt bewegen, die Füße. Jetzt bewegen. Die Füße. Und klatschen. Die Hände. Und klatschen. Die Hände. Jetzt bewegen. Jetzt bewegen, die Füße! Und was kommt jetzt? Springt! Und was kommt jetzt? Springt! Und was kommt jetzt? Springt! 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 Springen wir zusammen, jetzt springen wir im Kreis! Jetzt springen wir viel höher! Auch jetzt Kinder, auch jetzt! Mach mit bei der Party! Wir tanzen mit Melli und Duny! Alle tanzen, alle tanzen! Den Tanz, Tanz, Tanz von die Duny! Mach mit bei der Party! Wir tanzen mit Melli und Duny! Alle tanzen, alle tanzen! Den Tanz, Tanz, Tanz von die Duny! Lalalala, lalalala! Tanz! Lalalala, lalalala! Springt! Lalalala, lalalala! Los! Lalalala, lalalala! Lauter! Lalalala, lalalala! Tanz! Lalalala, lalalala! Springt! Lalalala, lalalala! Los! Lalalala, lalalala! Es ist ihre magische Welt, die den Prinzessinnen gefällt! Und in ihrer magischen Welt ist alles so wunderschön! Prinzessinnen! Tanzt, 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 tanzt! Prinzessinnen! Kommt und verbeugt euch! Und mit deiner Fantasie und natürlich etwas Magie kannst du eine Prinzessin sein, die beste Prinzessin von allen! Prinzessinnen! Tanzt, 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 tanzt! Prinzessinnen! Kommt und verbeugt euch! Stell dir ein großes Schloss vor, dort kannst du für immer leben! Mit deinen besten Freunden und so viel Spaß haben! Prinzessinnen! Tanzt, 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 tanzt! Prinzessinnen! Kommt und verbeugt euch! In der Prinzessinnenwelt ist alles so schön und cool! Wenn du auch mitkommen willst, worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Nimm meine Hand und komm mit mir! Prinzessinnen! Tanzt, tanzt, tanzt! Prinzessinnen! Kommt und verbeugt euch! Prinzessinnen! Tanzt, tanzt, tanzt! Prinzessinnen! Kommt und verbeugt euch! Jetzt bewegen wir uns etwas! Seid ihr bereit? Ja! Lasst uns aufwärmen! Bewegt euren Kopf von links nach rechts, als ob ihr Nein sagen würdet! Bravo! Jetzt bewegt ihr euren Kopf auf und ab, als ob ihr Ja sagen würdet! Hurra! Jetzt beugt ihr die Arme und dreht euch von rechts nach links! Genau so! Super! Sehr gut! Jetzt heben wir die Arme und machen kleine Kreise! Gut gemacht! Super! Ja! Wir sind mit dem Aufwärmen fertig! Wisst ihr, was wir jetzt tun werden? Wir werden die Figuren aus unseren Lieblingsliedern treffen! Los geht's! Lasst uns laufen! Aber ohne euch vom Fleck zu bewegen! Ihr müsst eure Knie sehr gut anheben! Haha! Sehr gut! Jetzt müssen wir schneller laufen! Denkt daran, nicht vom Fleck bewegen! Wow! Ihr seid sehr schnell! Wahnsinn! Lasst uns ein bisschen ausruhen! Lasst uns Luft schnappen! Und dann gehen wir wieder ganz ruhig weiter! Los kommt! Jetzt gehen wir an den Strand! Und wir müssen rennen! Los kommt! Puh! Es ist so heiß! Wie wär's mit einer Abkühlung? Jetzt haben wir etwas Spaß mit den Fischen! Setzt euch auf den Boden und schwimmt! Oh, schaut euch diesen hübschen kleinen Fisch an! Sollen wir ihm Hallo sagen? Lasst uns weiter schwimmen! Schneller! Da ist ein großer Fisch im Wasser! Kannst du ihn sehen? Wir schwimmen ihm nach! Wie wär's, wenn wir jetzt ganz langsam schwimmen? Haha! Genau so! Guckt mal! Der kleine Fisch ist wieder da! Wir schicken einen Kuss und verabschieden uns! Jetzt gehen wir ans Meer! Und jetzt fahren wir ein bisschen Fahrrad! Das macht so viel Spaß! Nehmt die Beine hoch und bewegt die Füße! Schaut, in der Ferne ist ein kleines Boot! Und es schaukelt! Was, wenn wir auch schaukeln? Beugt eure Knie so, haltet eure Füße und schwingt wie ein Boot! Das ist ein bisschen schwieriger! Streckt die Beine, soweit es geht! Und berührt eure Fußspitzen mit den Fingern! Das macht ihr gut! Jetzt spreizt eure Beine und berührt euren rechten Fuß mit den Händen! So ist es gut! Sollen wir jetzt den linken Fuß berühren? Sehr gut! Atmen wir tief ein! Oh wow! Habt ihr das gehört? Das sind kleine Vögel! Sollten wir versuchen sie zu fangen? Steht auf und streckt eure Arme aus! Streckt sie ganz weit aus! Versucht den Himmel zu berühren! Noch etwas mehr! Stellt euch auf die Zehenspitzen! Wow! Schaut wie hoch ihr gekommen seid! Jetzt sind wir oben auf einer Wolke! Streckt eure Arme aus und lasst uns fliegen! Wie unsere Vogelfreunde es tun! Dreht euch ein wenig nach rechts und jetzt ein bisschen nach links! Wieder nach rechts und wieder nach links! Haha! Oh nein! Es fängt an zu regnen! Fliegt noch ein bisschen und dann lasst uns landen! Nehmt die Arme über den Kopf, um euch vor dem Regen zu schützen und bewegt sie von links nach rechts! Seht mal, wer uns besuchen kommt! Frau Frosch! Hallo Frau Frosch! Lasst uns Frau Frosch imitieren! Geht in die Hocke, so wie die Frösche es tun! Ja, genau so! Jetzt geht ihr hoch und runter, als ob ihr einen großen Sprung machen würdet! Wie schön! Ihr seht aus wie echte Frösche! Sollen wir ein Lied singen? Es regnet stark, es ist das Fest des Frosches! Und wenn es noch etwas mehr regnet, dann geht zu eurem Freund, dem Frosch! Schaut, es regnet nicht mehr! Und weil es nicht regnet, ist eine Schildkröte spazieren gegangen! Wir imitieren sie jetzt! Geht auf alle Viere und bewegt euch ganz langsam vorwärts! Super! Wow! Die ganze Schildkrötenfamilie macht einen Spaziergang! Lasst uns auch weiterlaufen! Oh, wir sind ein bisschen spät dran! Die Nacht bricht herein! Lasst uns ins Bett gehen! Atmet tief durch! Atmen! Oh, habt ihr das gehört? Hört mal her! Das sind die kleinen Vögel, die wir schon gesehen haben! Sie sagen uns Gute Nacht! Wünschen wir ihnen auch eine gute Nacht! Und auch Frau Frosch und der Schildkrötenfamilie geht schlafen! Träumt süß! Gute Nacht! Gute Nacht an alle! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Untertitelung des ZDF, 2020